Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben da draußen. Weiter geht es hier mit einer schönen, fröhlichen Runde Borderlands 2 mit dem lieben Stormy. Ja, hallo. Hallo, unter meiner Wenigkeit. Wir haben in der Pause uns ganz kurz hier nach Sanctuary geportet, haben so ein bisschen Inventarpflege gemacht, haben was beim... ey, geh weg. ...beim Lila Laune Earl gekauft und jetzt die Hauptquest markiert. Und wir haben gelernt, was Captraps Lieblings... ...Dubstep-Song ist, ja, wupp, 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 stopp, wupp, wupp, wupp. Ja, bitte genauso. Ja. Dann geht es jetzt weiter mit der Hauptquest. Ja. Wir müssen ja irgendwie den Firehawk finden. Und ich denke mal, dass wir hier mit dieser Special-Waffe noch so ein paar Gegner erledigen. Das lässt sich so nebenbei machen. Hoffe ich, dass wir nicht in dem einen Gebiet da sein müssen. Glaube ich aber nicht. Mhm. Und ab ins Auto. Und einmal auf die Karte gucken, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Da oben hoch. Oh. Ja, schauen wir mal. Uah. Was dann? Oh nee, hier kommen wir nicht durch, ne? Warte, bin ich falsch gefahren? Bin ich falsch gefahren? Oh Gott, ich bin falsch gefahren. Das gibt es doch nicht. Ich lerne das nicht mehr in diesem Spiel. Es ist einfach Hopfnummer ist verloren bei mir. Weißt du, ob ich es besser könnte. Vielleicht. Weiß man nicht. Da, guck mal. Ein einziger Strommasten im Umkreis von 30 Kilometern, weißt du? Wo müssen wir denn hin? Da so und dann da rum so. Hier so und dann hier rum so. Glaube ich. Ah, ich sehe nichts. Bumm. Bumm klingt immer gut. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ach, geh weg. So. Ich muss doch gleich mal auf die Karte gucken. Mann, lass mich doch in Ruhe. Oh. Jetzt kann ich natürlich auch nicht fahren, weil er im Weg steht. Ich fahre nicht gleich über den Haufen. So, darf ich jetzt auf die Karte gucken? So, ich sehe nämlich nicht, wo wir hin müssen. Oder hätten wir da oben über die Brücke gemusst? Oder können wir da lang? Ich weiß es nicht. Das müssen wir nachgucken gehen. Ich sehe gerade nicht. Ja, jetzt erst recht nicht, wo wir lang müssen. Geht das auch von hier? Wirklich? Ah, es sieht nicht so danach aus, ne? Nee. Oh, Käse. Ja, komm. Ich bleib an einem Steinchen hängen. Bitte. Der böse Stein. Ja, also ehrlich. Ich finde das nicht in Ordnung. Es ist ein Steinreich hier. Geh weg. Jo. Du gehst auch weg. Ist mir jetzt alles egal. So, da war eine Brücke irgendwo. Hier irgendwo. Wie kommen wir da hin? Hier. Oh. Ah, ja. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir richtig. Dadurch müssen wir scheinbar. Ja, okay. Ach, guck mal. Oh ja, das zählt. Das ist ein Badass. Ich muss nachladen. Sag mal, hat dir deine Mama keinem nebenbei gebracht? Ah, die Waffen sind gar nicht so schlecht. Ah, jetzt hänge ich doch fest. Oh nein. Bist du down? Ja, ich komm. Ja. Skumm. So, keine Muni mehr. Das wird wieder. Das wird wieder. Das wird wieder, sagt sie. Das wird wieder. Komm, ab auf die Beine. Danke. Okay. Keine Munition mehr. Das ist jetzt aber frech. Das ist aber richtig frech. Ja, 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 ja. Es sind noch ein paar Medikits. Hier ist noch Muni. Da sagt er, Spielmeck soll nachladen. Ja, womit denn? Das bin... Ah, ich dachte schon, du schießt auf mich. Okay. Ah, ah. Was ist mit dem? So. Okay. Ich bin zwar voller hier und Flamme für das Spiel, aber trotzdem ist das ein bisschen zu heftig. So. Hier ist auch noch mal Zeugs. Ach, Geld. Ich brauche Munition. Haben wir eigentlich die Nebenmissionen schon? Geschafft noch nicht, nee. Hüpf. Okay, zehn fehlen noch. Okay. Mhm. Da, hier ist der Frostburn Canyon. Waren wir da schon schon mal? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube auch nicht. Wir sind ja gerade das Tier angekommen. Ja. Oh. Aber ich muss mal anmerken, die... Ladezeiten sind vom ersten... ...das Versteck des Firehorks anzugreifen. Okay. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehork führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Ah. Ich folge den Schreien, das ist mir lieber. Halt dich raus, Kammerjäger. Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehork. Soweit meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Na, aber du das sagst. Das war ein bisschen überdeutlich. Wie sagt hier immer irgendwas? Ja, schon, ne? Ja, was ich sagen wollte, die Ladezeiten im Vergleich zum ersten Teil sind deutlich besser her. Oh ja. Okay, das Klo kann ich nicht aufmachen. Wie war's? Das Klo kann man nicht aufmachen? Ich kann das Klo hier nicht aufmachen! Dann macht man das Klo auf. Na gut, dann gehen wir erstmal der Quest hinterher. Ist in Ordnung. Das war zwar nicht die Tasse, die ich drücken wollte, aber ist auch in Ordnung. Na gut. Oh. Nett. Oh, Gott. Möglich. Was? Er macht einen Mantel aus mir. Das möchte ich mal gerne sehen. Wir müssen da runter. Okay. Wow, auf die Entfernung ist die Waffe halt echt Schrott. Hallo? Hallo. Hi. Ich geh jetzt da runter. Ich entzünde fast. Ja. Ja. Ich höre hier noch irgendwo so ein Winzling rumschreien. Das ist bei mir. Ach so. Okay. Dann loot ich hier noch ein bisschen. Mhm. Wunderbar. Hier ist auch nochmal was. Folge Bloodshot schildern. Ja, hier lang. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Ja, 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 ja. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Na? Okay. So. Geschütte bereicht, sehe ich auch so. Und dir gleich auch, Kumpel. Ja, mache ich doch. So. Nice. So. Wunderbar. Läuft. Nehme ich aber nochmal die andere Waffe. Gleich haben wir nämlich die Quest geschafft. Ich glaube, viel fehlt da nämlich nicht mehr. Ich müsste jetzt ins Menü gehen, um das nachzugucken. Aber das wird mir ja angezeigt, wenn ich mir mal einen Banditen töte. Jo. Ach so, ist aber die falsche Waffe dafür. Äh, wir brauchen noch einen. Einen? Okay. Easy. Das kriegen wir hin. Ich nehme hier nochmal eben den Loot mit. Loot ist gut. Ja. Ein bisschen Loot ist gut. Fürs Blut haben wir es gesagt. Ja, ja, ja. Genau das. Ah ja, das sind diese Bloodshot-Schilder, glaube ich. Ach, da bist du schon. Perfect. Ja, natürlich. Ich will aber nicht weglaufen, Kumpel. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, dann kann ich nämlich jetzt wieder meine Waffe ausführen, die ich eigentlich nehmen möchte. So, okay, du gehst da looten, dann gehe ich hier looten. Oh, dann treffen wir ja gleich den Firehawk, hoffentlich. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie nie Fleisch-Smoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Aber nur fast. Oh. Nein. Ach, das ist ein Bett. Ja, ja. Dich kriegen wir wieder hin. So, und, und, und. Aufgehoben. Dankeschön. Oh, da ist noch so einer. Oh. Oh, der ist schon so knapp. Wo ist das denn? Da ist er. Lass das. Oh, wow, der hat mich bis ganz da unten geschubst wieder. Frech. Aber wirklich. Aber ich weiß, die Pistole ist jetzt nicht so der Knaller. Aber gut. Ich schieße eh viel lieber mit der Sniper. Die Pistole ist nicht der Knaller. Ja. Ja. Ich finde das Wort spiel, finde ich toll. Ach, ja. Hier ist eine Kiste. Ach, ja, Mensch, du bist aber auch ein lustiger Gerl, du. Oh, wow, wer hat mich denn jetzt erwischt? Spreiner! Vermutlich der Fire-Ding. Ja. Na, ja, gut. Ging ja. Ging ja trotzdem. So. Wo geht's denn hin? Müssen wir oben oder unten lang? Oh, die Karte sagt, wir wissen das nicht. Perfekt. Da sind wir ja einer Meinung. Ja. Oha. Die immer mit ihren... Okay. Okay. Keine Frage. So. Ach, der ist immer noch da, hier, der Fire. Ja, ich muss nachladen. Ach so, ja, kein Ding, lass dir Zeit, du. Ja. 30% des Spiels, da steht das nachladen. Ja, das stimmt. Keine Munition, was ist das denn? Nehme ich halt wieder mal einen Sniper. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ash Mouth Camp, alles klar. Ah, guck mal. Ich loote hier gerade, Mann! Was ist das denn? Da hinten? Oh, zwei Schuss hat die nur? Ne, sechs. Ach, die schießt immer zwei, ne? Da war was. Der ist down. Wer schießt denn da noch, lustig? Ja, genau, ja. So, haben wir es dann jetzt hier? Momentan ist es ruhig. Aber das heißt nix. Ah, nee, ist es nicht. Da kommt schon die nächsten. Stirb, 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 sagt er. Stirb doch selber. Ah, diese drei Schusse immer nur, ne? Mhm. Oh, nee. Puh, Glück gehabt. Ich weiß nicht, warum, aber mir kommt es so vor, als würde man heute viel schneller die Muni ausgehen, als irgendwie die letzten Male. Obwohl das eigentlich nicht sein kann, weil wir ja beim Dealer Laune Earl noch ein paar Upgrades gekauft haben. Das heißt, wir können ihn genau genommen... Du nicht? Äh, wir... Ja, ich schätze mal, wir sind einfach außer Übung. Ja, das auf jeden Fall. So, hier ist eine Waffenkiste. Oh nein. Doch, wirklich. Ja, aber ich habe meine Snapper weggelegt, das ist doof. Oh. Die muss mich da hin. So. Na gut. Oh, hier ist noch mehr Muni, hoffe ich. Nee, Geld, natürlich. Aber ich beschwärm mich nicht, Geld ist auch gut. In dem Feuer. Oh, der hat den Krabb. Aua. So. Oh, hier haben wir noch eine Lootkiste vergessen. Nein, nix wirst du in den Boden rammen, oder was auch immer du gesagt hast. Gib es nicht! Wir haben hier keine Lootkisten übersehen, wir hatten nur noch keine Zeit dafür. Ausreden, das sind immer nur Ausreden. Stimmt aber. Weiß ich doch. So. Oh, hier ist auch noch was. Schön, 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 schön. Schwupps und schwupps. Oh, hier ist auch noch was. So, und da möchte ich lieber nicht runter. Nicht? Nee, 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 das könnte übel ausgehen. Das ist das, das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge fallen gefasst. Mach ich. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Das wird dir nicht gefallen. Nice. Easy. So, fallen. Sie zu, dass dir das nicht passiert. Sollten wir da lieber hier rum gehen, oder was meint sie? Äh, ich weiß nicht, ob das hier lang, na gut, hier ist zumindest eine Leiter. Oh, ein Vault-Symbol. Wunderbar. Eins von zwei. Na gut. Keine Ahnung, wo das andere ist. Aber das heißt auch, dass wir andersrum laufen müssen, weil es hier gar nicht weiter geht. Ja. Ja, dann sehen wir mal zu, dass uns das nicht passiert. Ich warte, das Ganze ist doch deutlich einfacher. Oh. Gut. Ach, der ist schon wieder da. Ja, ja. Jetzt schmeiß ich mal eine Granate? Nee. Geht auch. Könnt ihr einmal bitte... Hä? Wo will er denn hin? Ah, ich muss nachladen. Ja, ja, ich werde an dich denken. Könntest du mal bitte? Nee, ja. Und danke. Ja, 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 ja. Ich glaube, beim Nachladen konnte ich gerade nicht wiederbeleben. Das war ein bisschen strange. Ja, Nachladen ist wichtig. So, hier sind also Fallen, ja? Und wie umgehe ich die jetzt? Draftreten. Ah, ja. Oh, okay. Das war... Äh! Ja. Beende deinen Satz. Das war easy. Mir ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Ich brenne nicht. Ist ja schön. Ich glaube, du musst einfach C drücken. Das hört nicht auf, solange du da stehst. Na, guck mal. Geht natürlich auch. Und hüpf. Das sehe ich genau. Oh, ja, ja, ja. Ich gehe mal hier lang. Oh. Oh, wow. Da runter möchte ich auch nicht fallen. Hm. Den hat es auch dahin gerafft. Huhu. Oh, ja, ja, man. Toll. Ja, Baby. Ich freue mich für dich. Ach, ich mag ihn ja irgendwie. So, ich guck nochmal. Ach, ich glaub, Muni sind wir jetzt eigentlich gut. Ne, ich kann was kaufen. Wow. Wow. Es geht immer einen guten Verkauf. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ist in Ordnung. Oh, ich. Oh, pass auf. Ich bin jetzt richtig fies. Ich bin jetzt richtig fies. Wir sind nämlich jetzt angekommen beim Firehawk. Das heißt, ich werde jetzt an dieser Stelle ganz frech die Folge beenden. Und wer sehen möchte, was es mit dem Firehawk auf sich hat, der guckt einfach in der nächsten Folge wieder rein. Tschüss. Boah, das ist reich. Ja.